Wir spachteln jetzt die Fläche in Qualitätsstufe 3. Auftragen tun wir das mit einer Spachtelwalze. Und nehmen wir dafür unser Fertigprodukt auf. Den verdienen wir mit Wasser und dann kann man ihn schön aufrollen und mit dem Schwert abziehen. Wir spachteln jetzt die Fläche in Qualitätsstufe 3. Wir spachteln jetzt die Fläche in Qualitätsstufe 3. Ja, 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 ja.